liebe gemeinde wir sind heute hier feierlich erschienen um diesen mann und diese frau in den stand der ehe zu rufen herzlich willkommen hier ist wieder euer dummie und jetzt zeigen wir euch den atheaten einen wunderschönen hallihallo und guten tag ihr lieben ich krieg's überhaupt nicht hier wissen so richtig eine einleitung zu quatschen aber heute das thema in dem video ist atheon die meisten von euch kennen ja unseren atheon in denen wir schon seit mittlerweile fast zwei jahren im bestand haben und das auto verkauft das auto wird uns jetzt verlassen also nicht jetzt also die tage verlassen und wir wollten euch noch mal wirklich zeigen was wie wo ist an dem auto basiert und euch vielleicht noch ein paar sachen von dem auto erklären und ich muss sagen wir gucken uns immer an wir haben den schon in position gerückt und natürlich im focus hinten sind natürlich geil aus ne das neue spannen aber jetzt thema atheon wir aber gern los war also atheon focus atheon da steht er warum atheon und weshalb atheon wie ist das zustande gekommen das war eigentlich eine ganz ganz coole geschichte gewesen wir werden dazu auch mal noch ein paar sachen einblenden wie das zustande kamen mitte 2017 kam der atheon raus und ein befreundeter autohändler von uns beziehungsweise ein autohaus als autohaus steuer vw vertragspartner hatten das auto stehen gehabt und hatten echt bock gehabt mit uns irgendwo ein cooles konzept zu machen oder mein fahrzeug fertig zu machen das ging so weit dass die zu uns gesagt haben passt auf wir haben mit den atheon ihr könnt den bekommen macht was cooles draus damit wir da mal zeigen können was alles so geht und das ist natürlich dann auch der atheon geworden der hier oben steht wir haben das auto dann ein jahr über das autohaus steuer benutzt und gezeigt und gemacht und getan und irgendwie ist dann der funke übergesprungen gesagt haben wir wollen das auto doch noch länger behalten und dann hat das fahrzeug weiß noch mal zweiten umbau bekommen wir jetzt quasi aktuell steht also das ist quasi schon die der zweite satzräder auf dem auto und auch die zweite farbe auf dem auto und selbst da können wir später noch ein paar sequenzen zeigen wie das auto damals da stand und wie es jetzt da stand aber jetzt gucken wir uns mal den atheon an was uns an der auto so fasziniert was wir vielleicht an dem auto nicht so cool finden und warum hat sich das auch nicht wirklich durchgesetzt also was mir so aufgefallen ist der atheon kam raus und du siehst du auch aktuell oder siehst du auf umfang eigentlich fast gar nicht wenig ich weiß ich weiß nicht warum da nicht so durchgehen entweder was der preis oder das auto selber ist geil also ich finde den von der form her mega oder sieht man sieht man jetzt schon in der sequenz wieder jetzt da steht der atheon eine für sich durch diesen kantigen massiven schnitt das ist ja mega flach geschnitten das auto ich finde den von der linienführung also wir müssen dazu sagen das ist ein airline also kein airline ich weiß gar nicht dass demnächst kommen war es gab es gibt möglich nur den airline und wenn man jetzt sieht wie das auto vom schnitt her gemacht ist finde ich den mega geil ich mag das bei dem auto diese front diese wirklich flach lang runtergezogene front ausstattungsmäßig mega das auto voll das led paket drin also das ding ist wirklich von der optik einfach geil wir sehen ja dann wie das auto mal aussah da war das die hoch wie ein forsterstuhl und das sah natürlich kacke aus aber jetzt wenn man so da liegt mega fett wir gucken uns das nicht mal oben an was du eigentlich für einen lustigen stopp da in deiner hand das ist eine gute frage irgendwie cool oder ich muss morgen was nannte haben das jetzt einen auf herry potter oder so da ärgere ich mein junger immer der sagt immer zu mir sie ist aus wie der zauber von herry potter oder irgend so komischer ich komme nicht drauf aber auf jeden fall werde ich immer die hände was ist an dem auto seriemäßig und was haben wir verändert wie diese abrisskante hier beziehungsweise der kleine spoiler hinten drauf das led paket das ist ja alles was wir jetzt verändert haben sind wir haben keine spoiler paket dran gemacht aber mit ein dezentes ding also quasi der ansatz hier ist neu gekommen wir haben damit die linie auch nicht unterbrochen wird haben wir quasi noch noch eine schwellerleiste dran gemacht unterhalb also diese kleine schwarze kante und was ich wirklich sagen muss was viel ausmacht ist die lippe oder dass das sieht doch mal ein bisschen sportlicher aus das auto so dann natürlich riesengroßer kack immer das auto gab es nur mit chrome paket also alle leisten die er sieht also ob das jetzt hier die grille leisten sind ob das jetzt die leisten vom 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 türraben sind und so weiter das war damals alles in chrom und das ist scheiße aus dementsprechend hat sich natürlich der dave und so verlieren auch gefreut die dinge alle schwarz zu machen halten arbeit ewig gedauert aber das resultat kann sich sehen lassen wie gesagt was mir gekommen sind sind wir dann zum schluss die fassenräder die wir drauf gesteckt haben auch in dem maßen in dem fall 9 x 21 et 38 wir mussten mit einer kleinen platte arbeiten damit noch ein stückchen weiter rauskommt aber ich denke mal das resultat kann sich sehen lassen oder also und dann hatten wir noch eine rolle von der limitierten pwf da gehabt weil sie fahren die drauf es gab es noch 50 rollen davon und dann gesagt kommt los pass auf das machen auf das auto drauf und das ist geblieben und ich finde selbst also ich weiß es nicht also du kennst das auch noch in schwarz ja so wie jetzt der besser so muss ich sagen sie weg zu rennen wie hätte das auto besser gefallen in schwarz oder in den grünen in den grünen also ich würde sagen wir blenden trotzdem das schwarze auto dann noch mal ein und dann können die leute ja mal ihre meinung unter die video schreiben was fanden die geile konzept a das erste oder das zweite das wollte ich mal wirklich brennt interessieren wo der trend und wo der style so richtig hingeht so ansonsten bei dem auto finde ich es geil wenn der liegt da sieht unheimlich lang aus die form von dem fahrzeug gerade diese ganzen markanten sicken und kanten was das fahrzeug hat finde ich wirklich sensationell beim auto auch alleine schon diese linienführung seitlich du hast hier die kante du hast hier die die kante das ist alles so maschinell ist also du weißt was ich meine also dieses sieht aus wie so ein stressbomber sagen ganz ehrlich werte von dem fahrzeug das auto hat eine zwei liter maschine drin mit 280 ps weil jetzt jeder sagen okay ich finde das auto fährt wirklich geil es ist jetzt natürlich keine rakete also die erwartung wenn man jetzt denkt das ding macht jetzt hier also dass das ding hat seine 240 50 60 keine ahnung aber das kannst du jetzt nicht mit einem golf oder sowas vergleichen also ein golf mit 280 ps oder sowas geht wesentlich besser wie der hat hier und ist ja auch wesentlich schwerer das fahrzeug was man auch verbaut haben eine rlift 3p steuerung wo wir das fahrzeug auf luft gebaut haben haben wir von vornherein gesagt rlift 3p rein ist für mich das beste system funktioniert akkurat hast keine probleme damit und da bin ich eigentlich auch voll überzeugt das haben wir alles in dem sinne bei sei als nutzproblem in der satzradmulde gebaut das habe ich euch jetzt auch mal so so sieht der ganze spaß jetzt aus die folie nicht dazu also da das auto ein audiosystem drin hat hat das ding subwoofer da sagt wo vor steht normalerweise mittig hier drin das heißt theoretisch war selbst kein platz noch irgendwas reinzubauen wir haben quasi eine bodenplatte gemacht haben den sapwoofer versetzt so dass wir immer noch genug platz hatten den kompressor unterzukriegen die steuerung unterzukriegen und relativ kompakt das geile an der ganzen geschichte ist es wurde alles so verbaut dass wir das auto einstandslos wieder rückrüsten könnten will der kunde jetzt natürlich nicht ohne dass ja überall alles zerbohrt kaputt oder sonstiges ist also 1 zu 1 rückrüstbar ohne probleme wir drehen mal rund um block und gucken uns das ding mal von innen an und erklären euch mal was das ding da drin noch alles so kann so ja unser arterien von innen wir haben den damals bekommen zu dem zeitpunkt hatte da wirklich alles an ausstattung was ist ins auto reinzupacken geht na ich hab das ewig nicht hingekriegt mir die memory für die memory funktion vom sitz einzustellen ich bin noch bei autos bin ich doch so kleiner psychopat das heißt ich brauche diese ganze knöpfe eigentlich nicht es ist geil wenn man es hat aber ich nutze das so der klassische ich bin der klassische typ ich brauche eigentlich nur was wo so ein paar gänge reingehen und ein lenkrad licht wäre nicht schlecht und dann ist das eigentlich ganz in ordnung haben sind vielleicht noch eine bremse und motor er hat sogar mein also kein sitz nicht du musst jetzt leider so klarkommen aber ich habe eine massage funktion ich habe wirklich ein massagesitz wenn ich hier auf bläde dritter da geht schon los das ist wirklich geil wenn du willst du auch mal einsetzen war das aber lieb was mich an den auto fasziniert hat und da ist jetzt dass das ding hat platz ohne ende du mal jetzt hinter schaust also du kannst in den dingen wirklich eine party drin feiern oder wir haben natürlich hier auch in dem vorzüge die obligatorischen modis arbeit das ja auch schon im golf drin und so weiter hier eko sport individuell und der ganze spaß ich mag eigentlich am meisten immer das hört man auch gleich hört man gleich ja wie gesagt auch geld zum beispiel komplette rundum sicht das war auch so eine sache die mir wirklich ziemlich gut gefallen hat ja bei dem auto was die stellenweise das auto hier hier reingepackt haben an ausstattung muss man ganz ehrlich sagen ist für die die vw klasse echt gar keine frage also da haben die wirklich sich mühe gegeben aber nicht zu vergessen so ein auto kostet auch liste 60.000 also der damalige preis war von dem auto vk mitte 60 oder sowas gewesen es ist für vw eine ganz schöne latze also dass das ist schon sportlich aber voll led paket also was ist jetzt so die scheinlaufer betrifft was ist jetzt du das ist das ist schon der hände es ist also wirklich wie ein geiler audi auch ich lasse mich gerade immer noch passieren was soll man auch schon ein bisschen geil das ist also ein kleiner chinesen im sitz oder ich weiß nicht ob sie da so kleine chinesen da reingebaut haben oder sowas alles auf jedenfalls gibt schlimmeres jetzt waren wir gerade an der tanke bockwurst am morgen vertreibt kummer und sorgen ist meine meinung oder hat geschmeckt gut man fühlt sich gleich wesentlich besser also es geht nichts über eine schöne danksteine bockwurst da ich ja so ein psychopath bin der mit den ganzen elektronischen helfern nicht umgehen kann wo ich das auto die anfangszeit hatte hat immer gesagt ich sage ich komme nicht klar das ding fährt alleine ich keine ahnung ich bin da nicht so das erste was ich meistens immer mache wenn ich das auto einsteige reset bohrhalter assistent das geile ist wir haben das ding ja noch umgebaut also er hat ja luft bekommen 21 zollräder und das ding fährt trotzdem für dich also auch jetzt nicht wohl jetzt sagen muss ich muss jetzt angst haben wir fallen jetzt in der zähne raus oder sowas alles das ding fährt wirklich chillig im alltag also weite strecken wird man sie runter total zuerst bin ich meistens nicht selber gefahren sondern die jungs aber wirklich ja und jetzt soll ich sagen wir nehmen das ding noch mal auf die bühne weil das auto ist ja verkauft wir müssen das ding noch mal hoch nehmen weil wir noch mal alles durchchecken ob alles okay ist noch mal alle flüssigkeiten prüfen dann können wir aber gleich noch mal die die zeit nutzen wenn das auto auf der bühne ist noch uns auch mal die ganze sache mit dem fahrwerk mal anzugucken wir sehen uns gleich wieder in der werkstatt herzlich willkommen wir sind der werkstatt so wie versprochen jetzt das auto auf der bühne in der werkstatt das hat zwar ein paar sekunden gedauert bis man oben hatten aber dank luftfahrwerk kein problem da habe ich gleich mal eine frage fragen fährst du jetzt einfach mit dem auto auf die bühne und hoch damit oder musst du irgendwas am luftfahrwerk einstellen ja du kannst quasi dort ist es auch ein gewissen modus du fährst vor die bühne ran da musst du dreimal klatschen und dann findet er automatisch sozusagen die höhe die du brauchst ist ja clever oder nein also stimmt ist auch eine geile frage weil wir haben echt viele leute die uns fragen wie bocke ich ein auto mit luft auf ich muss auch dazu sagen es streiten es streiten sich da die geister die einsagen ist gar kein problem ich kann das lassen wie es ist die anderen sagen naja du musst das ding komplett luftklar machen so richtig eine faustregel kann ja keiner sagen ich glaube es ist auch vom fahrzeug zu fahrzeug unterschiedlich oder vom fahrwerk zu fahrwerk in dem fall wir machen es immer so fährst jetzt an die bühne ran um es das auto so weit hoch wie du es brauchst damit du deine bühnenaume vernünftig drunter kriegst und wenn dann die bühnenaume drunter sind lege ich das auto dann langsam ab ich mache es aber nie so dass das ding komplett auf nötig sondern so dass immer so ich sag mal ein paar luft sollte schon drinnen bleiben weil manchmal sind ja auch die balks bei manchen fahrzeugen die balks nur oben in die in die teller zum beispiel zur hinterachse gesteckt nicht dass die irgendwie rausrutschen oder sowas also ich mache es wirklich immer so ich lasse so ein paar luft drauf das heißt die balks sind aufgeblasen beziehungsweise aufgeformt und dann mache ich das ding hoch was ich natürlich nicht machen würde ich weiß nicht ob ich mir das einbild oder nicht ich würde auch nichts falsches sagen ich pumpe jetzt die kiste nicht auf sieben bar hoch und lasse die dann hoch weil das kann ich mir vorstellen ist jetzt vielleicht nicht so sinnvoll und ich habe es auch schon von manchen leuten gehören gehört dass denen dann auch die luftbergs weggeflogen sind ob das daran lag keine ahnung aber wie gesagt so wie ich jetzt gerade gesagt habe machen wir schon immer und haben gar keine probleme damit zudem zu dem thema fahrwerk wie gesagt habe ich ja gerade schon gesagt habe wir hatten hier bei umbau stufe 1 hatten wir hier ein fahrwerk auf kw plattform bzw von der firma 0 bar auf kw dämpfer drin gehabt deshalb auch super gefahren ist auch super funktioniert und haben jetzt ein fahrwerk eingebaut das war jetzt kein besonderer hintergrund gehabt sondern einfach nur testzweck mäßig also weil ich versuche immer fahrwerke immer so mein eigenes ort zu bilden wo ich sage das fährt gut das fährt vielleicht nicht so gut und deswegen noch mal das r luft die r steuerung ist drin geblieben und wir haben quasi die r steuerung auf 3p 3p heißt immer druck basierend das heißt das fahrwerk regelt über luftdruck es gibt ja noch die 3h steuerung mit sensoren und sowas alles haben wir jetzt bei dem fahrzeug nicht gemacht weil ich wollte jetzt nicht auf irgendwelche separaten bohrungen setzen wir wussten ja nicht ob das auto zurück geht oder nicht und jetzt gucken wir uns mal das fahrwerk an hier seht ihr das ich komm mal rum so hier seht ihr den dämpfer und der ist jetzt auch schon eine ganze weile drin und sieht jetzt nicht irgendwie verkorkst oder hässlich oder irgendwas aus na also kann man sich glaube ich noch sehen lassen oder so klar steiflex leitung luftleitung geht natürlich auf den auf den dämpfer drauf da oben seht ihr eben halt diesen doppelfalten bald das heißt der doppelfalten bald ist zweifach zusammengesetzt der ein falten bald ist eben halt wirklich nur ein bald durch den weg was geil ist beim 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 ehrlift fahrwerk ist du siehst du hier der dämpfer hat eine gewindeverstellung auch separat siehst du das da oben ja leicht sieht man es durch diese durch diese gewindeverstellung die du hast hast du halt die möglichkeit separat den dämpfer quasi weiter auseinander schrauben und noch weiter zusammenschrauben zum beispiel wenn du wenn du jetzt sagst ich habe das fahrwerk drin und das auto geht mir jetzt nicht hoch genug was hätte ich heißen nicht wollen aber kann ja sein oder du fährst auch zu viel druck weil das weiß wirklich dann sonst nicht hoch kommt könntest du jetzt zum beispiel den dämpfer noch ein zentimeter auseinander schrauben unabhängig von dem bald automatisch fährst du weniger druck und wesentlich komfortabler und das auto kommt natürlich auch noch stückchen hoch was auch geil ist bei dem ehrlift fahrwerk du hast jetzt von vornherein von haus aus schon uniball lager also quasi metalldomlager drauf wo du eben auch noch mal so ein bisschen sturz einstellen kannst kannst die ganzen die hatte verstellen das ist natürlich auch immer ziemlich cool also die alle dämpfer verfügen immer vorne sowie hinten über eine über eine harte verstellung also das macht sich bei vielen sachen auch echt schon echt schon bemerkbar also finde ich eigentlich so ziemlich cool hier seht ihr zb auch die hinterachskonstruktion luftbalk das wollen wir auch mal ja das wird also quasi hier siehst du die konstruktion und das meine ich mit diesem doppelfalten bald was du jetzt hier siehst also doppelfalten balk heißt eben wirklich zweistufig aufgebauter bald das auto hat ja serienmäßig eine elektronische dämpferregelung das heißt quasi du kannst ja über das bautmenü dass das fahrwerk und beziehungsweise das fahrzeug dieses fahrtmodus anpassen das funktioniert natürlich mit luftfahrwerk nicht mehr dementsprechend haben wir jetzt quasi dieses dieses stillgingskit reingemacht siehst du das? ja so das stillgingskit ist von der firma kW das heißt quasi wenn ich das stillgingskit einbaue kannst du quasi mit dem fahrzeug ganz normal weiterfahren du kannst auch deine menüpunkte weiterschalten aber das fahrwerk ist quasi diese regelung für das fahrwerk ist außer betrieb alle anderen modis funktionieren trotzdem weiter und du hast halt keine fehlermeldung das brauchst du eben halt das ist halt wirklich wichtig das zu machen ja ansonsten wie schon gesagt wir haben hier keine komplette abgasanlage drunter gebaut gehabt weil es sollte einfach ein bisschen brummlicher sein wir wollten ja mit dem noch nicht auf leistung gehen das auto hat zwei ledersteilschneidämpfer gekriegt hinten haben ein paar flanschen darauf gesetzt auch damit es wieder rückrüstbar ist die ausrufblenden wie man hier sieht sind ja original geblieben die haben wir nur dunkel gemacht jetzt wieder zum thema zum thema fassen das finde ich jetzt immer ziemlich geil guck dir das mal an du siehst das hier bei fassen immer jede felge die die machen die machen eine seriennummer rein die machen das herstellungsdatum rein also dass das kaffee und ja alles mit ein also bei den schmiedenrädern und das ist schon immer so eine sache die finde ich eigentlich ziemlich gut schuldigung ich habe eine falsche information gemacht das ist eine et 42 ich habe vorhin gesagt glaube ich die 38 ist das nächste ist eine et 42 wie du gerade siehst also 9 x 21 et 42 haben wir auf das wort sich drauf die luftleitung sie ist natürlich von außen eigentlich gar nicht die sind ja alle hier unterm unterboden verlegt weil das auto sind ja fast voll verkleidet also alles was leitungen sind sind gehen unter dem fahrzeug versteckt lang und ab einem gewissen punkt wo es dann in die rataschein reingeht aber jetzt natürlich mit einer stahlflexleitung kannst du keinen plastikschlag hochziehen damit es auch sicherheitsmäßig so gegeben ist ansonsten die jungs gucken das auto morgen denke ich mal noch mal durch und überprüfen alle flüssigkeiten dann wird das auto noch mal hier rein nicht und geht dann leider muss ich jetzt gerade sagen die ganze zeit hat es mich nicht gestört aber jetzt muss ich gerade wieder mit dem fahrzeug beschäftigt sage ich gerade also es ist doof wenn ich euch das jetzt so erzähle aber weiß wo jetzt gerade schon dort dieser 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 punkt war wo wir vor diesem plateau standen und die kiste da oben stand da bin ich gerade schon nass geworden ohne mist das hat mir schon tierisch angemacht wo die kiste du weißt was ich meine ja jetzt niemals wieder runter und da würde ich sagen machen wir noch einen kleinen porn also nicht wir mit dem auto das heißt unternehmen wir machen wir nehmen die nicht runter doch wir müssen ja unternehmen für den punkt das heißt quasi ich habe das auto jetzt quasi umsonst aufgebockt und mich zum affen gemacht dafür dass ich jetzt wieder runter nehme und sich morgen einer von den mechanikern zum affen machen kann so wir haben jetzt ein bisschen was vom artierung gezeigt wie gesagt macht mal vielleicht ein paar kommentare darunter welches konzept hat euch besser gefallen damals in schwarz oder jetzt in grün das wäre mir wirklich mal wichtig das zu wissen was euch da angesprochen hat die kulisse jetzt die wir jetzt hier sehen sieht wirklich gerade geil aus oder also jetzt siehst du aber auch noch mal noch mal kurz zu dem thema zu kommen du kannst jetzt mit dem raptor eigentlich auf den artierung fahren da siehst du aber auch mal wie geil das ding vorne so geschnitten ist ja ihr lieben ich hoffe es hat euch gefallen es wird noch ein bisschen mehr kommen und lasst einen daumen da kommentiert verfolgt uns abonniert uns bis zum nächsten mal macht's gut